Wir bei der Firma Reiser Schraubentechnik in Griesbach stellen Schrauben und andere Verbindungs- und Befestigungselemente her. Um den Ausbildungsberuf der Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation, internationalem Wirtschaftsmanagement und Fremdsprachen zu erlernen, sind folgende Voraussetzungen von Möten. Einerseits der erfolgreiche Abschluss der Fachhochschulreife oder des Allgemeinabiturs. Andererseits sollte man natürlich Spaß an Fremdsprachen mitbringen und gewisse persönliche Eigenschaften haben, wie Kontaktfreudigkeit, gutes Ausdrucksvermögen und sicheres Auftreten. Als Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation hat man im Prinzip dieselben Aufgaben wie eine Industriekauffrau ohne Zusatzqualifikation. Also man erledigt alle Bürotätigkeiten, die in der Firma anfallen. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass die Ausbildungszeit auf zweieinhalb Jahre begrenzt ist und in der Berufsschule werden Zusatzfächer wie eine zweite Fremdsprache, die Spanisch oder Französisch ist, VWL und Controlling behandelt. Die Ausbildung ist auch sehr auslandsorientiert und beinhaltet einen Auslandsaufenthalt, der normalerweise in das Land der ausgewählten Fremdsprache stattfindet. Während der Ausbildung durchläuft man alle administrative Abteilungen der Firma, also zum Beispiel die Personalabteilung, den Einkauf, den Verkauf, den Export, die Buchhaltung, das Controlling oder das Produktmanagement. Somit bekommt man auch die Möglichkeit, persönlichen Kontakt zu Kunden aufzubauen oder zu Lieferanten und man bekommt außerdem auch einen kleinen Einblick während der Ausbildung in die Produktion und in das Lager. Nach der Ausbildung stehen einem noch alle Türen offen, also man kann zum Beispiel sich als Fachwirt weiterbilden oder studieren gehen. Als Azubi bei Reiserschraubentechnik ist man ein Teil des großen Teams, was durch flache Hierarchien und das familiäre Miteinander möglich ist. Man wird außerdem individuell gefördert und gefördert und wir machen Azubi-Ausflüge, die das Miteinander stärken und Freundschaften entstehen lassen. Denn mit Spaß und Wohlbefinden bei der Arbeit wird das Lernen immens erleichtert. Ich habe mich für Reiserschraubentechnik entschieden, weil ich schon einige gute Dinge über die Ausbildung hier bei Reiserschraubentechnik gehört habe. Zum Beispiel, dass es hier ein Patensystem gibt. Das bedeutet, dass ein langjähriger Mitarbeiter jedem Azubi zugeordnet wird und der hilft Ihnen dann bei irgendwelchen Fragen oder Problemen, die vielleicht anfallen könnten. Außerdem bekam ich die Möglichkeit, einen Praxistag bei Reiserschraubentechnik zu absolvieren. Dieser hat mich dann nochmal davon überzeugt, meine Ausbildung bei Reiserschraubentechnik zu beginnen.